Hallo, mein Name ist Sergei Hetzel. Ich zeige Ihnen heute den gravierten Unterschied zwischen herkömmlichen Absperrblasen und innovativen Kanal-Dichgießen aus dem Hause Lampe. Wir stehen direkt in unserer virtuellen Baustelle. Kanalrohre mit verschiedensten Durchmesser. Das ist doch die tägliche Praxis. Ich würde sagen, wir starten den Vergleich. Bis zum nächsten Mal. Tja, der entscheidende Unterschied Lampe-Kanal-Dichgießen. Sind die Kissen ziemlich flexibel. Mit so einem Kissen können Sie von 500 mm bis 1600 mm alle Kanäle dicht kriegen. Und mit diesem Kissen können Sie sogar die Kanäle von 1800 mm bis 3200 mm Durchmesser abdichten. Wie das geht? Ich zeige es Ihnen. Kommen Sie mit! Mit einem Lampe-Kanal-Dichgießen können Sie nicht nur die Kissen verändern. Sie können nicht nur verschiedene Durchmesser abdichten, sondern auch gleichzeitig alle erdecklichen Profile. Das Material passt sich immer komplett an der Rohrwandlung an. Und hier die tägliche Praxis. Ein Kanalschein. Selbstverständlich sind alle Kanalschein von Lampe vollständig reparierbar. Einen kleinen Schaden kann der Kunde vor Ort mit unserer Hilfe selbst ausführen. Größere Schäden reparieren wir natürlich jede Zeit in unserer eigenen Produktion. Ein Neukauf ist damit nicht immer erforderlich. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Ihre Kosten. Das ist schon. Dievoir promised. Untertitelung des ZDF, 2020